Es kommt ganz klar auf die Kalika, weil ich da gehöre, ich darf nicht mehr machen. Ja, das habe ich nicht mehr gemacht. Was ist das denn? Guck dir das mal an. Leute, film das mal. Was ist das denn für eine Scheiße? Vielleicht mit großem Hemd. Ah, das neue Geheimnis. Könntest du mal einen YouTube-Büro zu sehen? Was? Wie verliert man seinen Körperfettanteil am besten? Kaloriendefizit, nicht zu geringes Defizit, nimm Proteine, gute Fettsäuren. Die kannst du jetzt für euch sehen. Weißt du, wie es am einfachsten ist? Gebt dir mal ein Beispiel, ja? Die Wasserflasche, die willst du loslassen. Das ist bei allen, ne? Lässt du einfach los, beim Körperfett ist das gleiche. Einfach loslassen. Oh! 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 Oh, das ist ja mal nicht so, ich habe es. Ah! Ach! Oh! 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 Nein! Dein Funnelabner!? Nein! Wenn ihr euch mal alles gut möchtest, sollten wir hier kapacat und damit ein langes warnt. Ich habe einen Grundlage gebraucht. Vielen Dank, schaltet wieder gerne ein, sharet das Video, liked das Video und vielen, vielen Dank, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Leute, macht's gut, dann Flavio Simonetti. Vielen Dank.